Hallo, hier ist SniperTrader von www.snipertrading.de und in diesem Video werden wir über Mindset reden. Ich würde hier ein paar Fragen klären, die Anfänger gerade stellen. Ich sehe das in anderen Gruppen von Daytrading, die größten Gruppen, meistens 90% davon, zweifeln sogar an Daytrading. Wobei ich mich frage, warum sie in einer Daytrading Gruppe sind. Auf jeden Fall, erste Frage, kann man mit Daytrading Geld verdienen und seinen Lebenunterhalt verdienen? Und gibt es denn sowas? Sehr, sehr beliebte Frage überall. Und die Antwort ist einfach ja. Können das alle? Nein. Die zweite Frage, und übrigens, ich kenne viel mehr Leute, die damit ihr Geld verdienen, als Leute wirklich, die ihr ganzes Vermögen dadurch verloren haben. Also, zweitens, kann man mit Daytrading schnelles Geld verlieren? Antwort wird euch schockieren vielleicht. Ja, kann man schon. Aber, der Haken hier ist, nach der Lernkurve. Also, du darfst nicht in den ersten Jahren erwarten, dass du über Nacht Millionär wirst. Das wird nicht passieren. Du wirst wahrscheinlich dein Geld verlieren und gleich bei Null kommen. Und dann wirst du natürlich sagen, dass Daytrading nicht funktioniert. Nur, weil du das nicht funktioniert hast und wirklich ganz, ganz falsche Erwartungen hattest. Ich kenne auf jeden Fall Leute, die ein 1.000 Dollar Konto in mehrere 100.000 hochgetradet haben. Das ist natürlich aber nicht in einer Woche oder zwei Tagen. Das hat schon ein Jahr oder zwei gedauert. Ich kenne Leute, die mit 30.000 Multimillionäre geworden sind. Und das sind auch nicht ein paar Ausnahmen. Wirklich nicht. Also, ich kenne einen Haufen davon und das wiederholt sich auch immer wieder. Ich sehe immer wieder junge Trader, die es geschafft haben, wirklich kleine Kontos in riesige Kontos zu traden. Und meistens nehmen sie dann ihr Geld und stecken das in Immobilien. Das ist auch okay. Machen die, was die wollen damit. Trading, wie jeder andere Beruf, du brauchst auf jeden Fall eine Lernzeit. Ich meine, wenn du einen Pilot nimmst oder einen Arzt oder so, der geht zur Uni und dann Internat und dann spezialisiert sich und so weiter und so fort. Das dauert locker 10, 12 Jahre, bis er seine, was, 5, 6.000 verdienen kann. Und mit Daytrading ist es nicht anders. Nur das Gute mit Daytrading ist, du bist daheim, du gehst nirgends wohin, du bist voll fokussiert, du hast die ganze Zeit für dich und du kannst definitiv mehr als einen Arzt verdienen. Das Problem mit Daytrading ist, dass jeder, der ein bisschen Geld hat, kann heute noch ein Konto aufmachen, wenn er über 18 ist. Und somit kann er sich auch als Daytrader bezeichnen, ohne irgendwelche Lernprogramm gemacht zu haben, Seminar und so weiter. Und alleine es herauszufinden, das führt mich natürlich zur nächsten Frage, kann man das auch alleine schaffen, kann man wohl. Du brauchst aber mindestens 5, 6 mal so viel Zeit und 5, 6 mal so viel Geld, als würden du jetzt eine Ausbildung machst oder einen Kurs machst und so weiter. Das ist halt die Tatsache, weil das Problem ist, du hast zwar keine Ahnung, was du traden sollst und du hast keine Strategie. Und hier ist das Problem, du weißt nicht, was nach du suchen sollst, damit du das hinter dir hast. Du weißt nicht, nach welcher Strategie du suchen sollst, um profitabel zu werden. Das heißt, du wirst mehrere Strategien ausprobieren, wirklich harte Arbeit, im Katalog reinschreiben bei dir, das ist so Data Tracking. Und irgendwann mal herausfinden, was funktioniert und was nicht theoretisch, das musst du dann später mit deinem eigenen Geld probieren. Und wer einfach loslegt mit dem Echtgeldkonto, ohne irgendwas zu nachforschen, der wird auf jeden Fall viel mehr Geld verlieren. Das ist die Tatsache leider, die beste Variante für mich und es ist ja auch keine Werbung. Macht was, ein Kurs oder 1 zu 1 Coaching oder sonst was. Muss auch nicht bei mir sein, macht es woanders, wenn ihr Option traden wollt oder Forex. Aber geht bitte nicht unvorbereitet zum Markt. Ihr werdet dort auseinandergenommen, das steht fest. Es gibt sogar Firmen, die ihr ganzes Geschäftsmodell gebaut haben, basierend auf Leute, die keine Ahnung haben und die traden wollen. Und die wissen ganz genau, dass wirklich mehr als 90% ihr Geld verlieren werden. Besonders, wenn die keine Ausbildung gemacht haben oder sowas. Und die wollen dein Geld haben, wenn du nicht vorbereitet bist. Und diese Unternehmen, die glauben in ihre Idee so fest, dass die meisten Unvorbereitete werden ihr Geld verlieren, dass sie ein Geschäft so aufgemacht haben. Und dieses Geschäft heißt übrigens CFD Brokers. Alles was du verlierst bei denen geht in ihre Taschen und umgekehrt ist auch wahr. Es ist also die Frage, es ist wirklich ein Marathon, fehlt auf die Schnauze, fehlt hart auf die Schnauze, aber wirklich mit kleinen Echtgeldkontos. Ich empfehle keinem, auch nach einer Ausbildung ein 30.000, 40.000, 50.000 Konto aufzumachen. Das wäre wirklich unverantwortlich. Jeder mit 1.000, 1.500 Maximum und nur das Geld, was du bereit bist zu verlieren. So machst du all die Fehler, weil die Ausbildung wird dich nur so weiterbringen, wenn du dich dran hältst. Und sich dran zu halten ist auch schwierig, denn das hat mit deiner Psyche zu tun, wie du als Person so bist und wirklich viele Varianten. Also kleine Kontos, so wenn du auf die Schnauze fällst und das ist übrigens normal, fällst du mit einem kleinen Konto. Das meiste, was du verlieren willst, ist das, was du in einem Konto hast. Und da sowieso du diesen Betrag dir leisten kannst, also zu verlieren, macht es ja wirklich nicht viel aus. Du wirst diesen ganzen ersten psychologischen Lernphase durchmachen mit einem kleinen Konto. Und erst später, wenn du ein bisschen mehr, ein bisschen mehr halt disziplinierter bist, kannst du vielleicht dann ein bisschen größere Konto haben. Mindset, bleibt fokussiert, bleibt sachlich, ob ihr jetzt in einer Facebook-Gruppe seid oder nicht. Versucht euch immer auf das Thema zu konzentrieren, das derjenige hier euch übermitteln möchte. So zum Beispiel meine Facebook-Gruppen. Versucht bitte nichts alles ins Lächerliche zu ziehen, auch wenn ein Grammatikfehler passiert und so weiter. Fokussiert euch, ihr wollt hier, ihr wollt es schaffen und darauf kommt es an und es ist scheißegal. Alles andere ist scheißegal. Ja, wie gesagt, es ist wohlmachbar. Lasst euch nicht entmutigen durch ein paar Leute, die es in ihrem Leben zu nichts gebracht haben und im Traden gescheitert sind. Und weiterhin es ablehnen, die Wahrheit ins Gesicht zu schauen und ihre Fehler zu analysieren und wissen warum und weshalb sie gescheitert sind. Und stattdessen gehen sie auf Day-Trading-Gruppen und sagen, wie scheiße Day-Trading ist und dass kein Mensch das schaffen könnte. Wie gesagt, ich habe auch meine eigene Studenten, die das schaffen und die machen jeden Tag 20, 10% und so weiter und so fort. Klar, am Anfang ist es große Prozente, weil die Kontos klein sind. Irgendwann mal, wenn die 100.000 machen, können sie natürlich nicht 20% an einem Tag machen. Aber trotzdem ein paar Tausende am Tag sind genug und reichen erstmal. Und wann hast du das letzte Mal 2.000 in einem Tag oder selbst 500 in einem Tag gemacht mit anderthalb Stunden. Ich habe Leute in meinem Chat, die sind teilweise, ein paar davon sind, ich weiß, Multimillionäre und die haben ihr eigenes Ding. Und sie schätzen das Trading so sehr, weil sie das Geld schneller verdienen und viel komfortabler, als wenn sie jetzt unterwegs sind und machen und Meetings und dies und das. Und das ist halt das Schönste bei Day-Trading. Genau, also für die Anfänger, lasst euch nicht entmutigen, das geht wohl und das geht und das passiert andauernd. Du musst es halt nur richtig angehen und fokussiert bleiben, freundlich bleiben, sachlich bleiben. Und wenn du wirklich viel Arbeit drin steckst, wirst du es schaffen. Denn schließlich Ärzte und so weiter werden auch nicht über Nacht zu Chirurgen und Ärzten und Spezialisten und so weiter. Die brauchen wirklich jahrelang, 10, 12 Jahre, bis sie es geschafft haben. Und selbst dann, wenn sie niemals verdienen, wie ein guter Trader, der es geschafft hat, geduldig zu bleiben und sachlich zu bleiben, bis er das geschafft hat. Dann kann er wirklich schnelles Geld machen und extrem schnell Geld machen. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemand, der es wirklich geschafft hat mit Trading und der sagt mir, Anis, ich glaube es immer noch nicht, wie viel Geld ich mache. Manchmal stehe ich auf und denke mir, ich muss so arbeiten. Ah, Moment mal, ich habe doch vor ein paar Jahren aufgehört. Und ich schaue auf mein P&L und denke mir, das kann doch nicht wahr sein, dass ich so viel Geld gemacht habe. Und ja, der steckt immer noch in diesem Arbeitnehmer, Gehaltgrenze in seinem Kopf. Und ja, ich muss auch ehrlich sein, ich wollte mehrmals aufhören. Ich selbst jetzt, ich wollte mehrmals aufhören. Das war schmerzhaft, mehrmals ein paar Tausende an einem Trade verloren mit einem Dreitausender Konto. Viele Kontos an die Wand gewartet, das war wirklich nicht lustig. und ich war damals, ach, also wirklich, ich war so kurz und ich habe jedes Mal zu meiner Frage gesagt, okay, diesmal höre ich auf, das ist nichts für mich, ich will es nie schaffen. Und das ist die Sache, jeder, den ich gefragt habe, der es im Trading geschafft habe, der sagt auch, er war kurz davor aufzugeben und jetzt, nachdem er das geschafft hat, der war so froh, dass er nicht aufgegeben hat. Vor allem, mein Message hier richtet sich wirklich an die jungen Menschen, junge Menschen da draußen. Wenn du kein Kind hast, keine Ausgaben, keine Verantwortung eigentlich, du lebst immer noch bei Mama und Papa, was ich übrigens auch sehr in Ordnung finde, ist es deiner Zeit. Das ist deiner Zeit, jetzt zu probieren, denn du hast keine Verantwortung. Das ist viel, viel schwieriger, wenn du Kinder hast, Frau, Hausraten, Autoreasing und so weiter und so fort. Da ist es nahezu unmöglich, weil du ja diese finanzielle Freiheit nicht mehr hast. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte kommentiert, liked, teilt das Video, hilft mir ein bisschen, das Kanal hier bis zu 1000 Mitglieder zu bringen. So kann ich auch direkt streamen von YouTube. Das wäre dann toll für alle Beteiligten. Danke fürs Zuschauen und ciao.